Das wäre ja richtig schlimm. Oder ich gehe einfach auf den Fucker und gehe einfach mit der Panzerbüchse in den Nahkampf rein. Sie sehen einfach die Panzerbüchse und sterben. Ich meine, ich habe damit schon mal ein paar Noscopes gedrückt, das ist ganz witzig. Ich halte es zwar für höchst unmöglich, aber es klappt. Nee, das geht tatsächlich nicht echt relativ klar. Kann man aber nicht relativ gut einschätzen, wo ungefähr der Schuss hingeht. So, jetzt ist die Zeit für die Ehrenlose, Panzerbüchse, Dreierskopf, weiter weg. Jetzt wird gewartet. Hinten im Rauch. Alter, wie viele da brennen? Keiner stirbt. Was? Ja, erst mal kurz hierbleiben. Na ja, erst mal hier verbrennen, ey. Scheiße. Na ja, erst mal hier verbrennen, ey. Na ja, erst mal hier verbrennen, ey. Jetzt hätte ich links vorgeschlagen. Rechts ist meistens schwieriger. Na ja, erst mal hier. Na ja, erst mal hier. Na ja, erst mal hier. Ach, Jungs, wo seid ihr? Timmy, Lagebericht, Timmy. Äh, bei mir, vor mir ein Wasser war einer. Keine Ahnung. Ach ja, Dreck, Mann. Ich kann mich nicht wiederbeleben und es wird vielleicht, wenn der Blauer kommt. Digga, ich weiß gar nicht. Alter, wo warst du? Was machst du da? Alter, ich kann mal nicht sagen. Ich bin durch den Zug in den Boden gefallen, Alter. Jetzt kommt Blauer mich wiederbeleben, Alter. Schnell, schnell. Schnell, ich ertrinke. Jetzt ertrinke ich nochmal. Bevor du ertrinkst, kannst du mich da schnell retzen. Armus draufwerfen. Jo. Geht nach rechter Seite. Ja, deswegen lass uns da links vorne lang. Lass den mir auch rein. Ne, mach das da. Ja, ich seh nix. Das ist grad echt Bullshit. Ach. Kein Plan. Kein... Wieso? Ja, was los? Ich kann jetzt nicht. Digga, die sitzen alle gechillt beim rechten... Ja, links, links, links vorne auch. Ja, rechts vom Gegner die mich. Ja, rechts vom Gegner. Ja, rechts vom Gegner. Ja, rechts vom Gegner. er zieht durch man diese dämlichen camper wie ist das möglich aber geht mir genauso gegner immer one shot ich weiß nicht kopf und ist trotzdem nicht da gefühlt da hinter dem schmerz recht sterben sie wieder ist noch jetzt gestorben ich hab kein rauch mehr Achso, dann ist es wieder belebt, ok. Wollen wir rechts versuchen? Ja, geht vielleicht, aber sterben sie alle. Wollen wir nicht mal rein pfuschen oder so? Ah, schwierig. Rauch einmal wirft. Ich hab keinen Rauch mehr, das ist ja das Problem. Ey, die wissen jetzt, dass wir rechts sind. Ach, das ist doch scheiße. Ja, das ist scheiße. Also, die sind auf jeden Fall auf ganz links, ich bin ja gerade vor, wie's gebringet wird. Das wird schon wieder passiert hier. Uiuiuiuiuiuiuiui. Na, da kommt Fehler, ey. Und rechts im Gang sind alle gestorben. Haha, das ist auch geil. Ich würde euch ja alle retten, aber ich hab keinen Rauch mehr. Oh, jetzt stellen wir halt, die laufen da, den Gang da rein. Wo Rauch jetzt ist. Wo Rauch, ok. Ja, ich hab keinen durchlaufen auf der rechten Seite. Oh, Alter. Ich laufe da rechts. Hier irgendwo. So. Ich glaub, ich leg jetzt irgendwie schon fünf Minuten auf dem Zug und da kommt nix. Und links versuchen, ich geh jetzt links durch. Ja. Ja. Ja, ich bin links durch. Oh, hier links, links, links. Alter. Kann nicht mehr aufstehen. Nein. Fuck, komm. Nein. Hast du. Ja. Hab ich. Nein. Ich hab keinen weg gesprengt. Ich brauch nur auf entspannt hier. Wo bist du? Da bist du. Komm mal mal zurück. Jo, mach das. Nein. Weg, weg, weg. Alle da oben. Bist denn schön? Na, vielleicht ist es gut. Die Feinde haben genügend Ziele, um den Kampf für sich zu entscheiden. Nein. Ach, Digga. Ich war nicht komplett drauf. Ja. Sind die jetzt schon wieder durchgekommen, ey. Da drüben schauen wir noch nicht. Komm, komm doch mal rein. Nimi? Ja, ich bin ja drüben. Ich hab's nicht drauf. Ich hab's nicht drauf. Du, ich hab's nicht drauf. Du, ich hab's nicht drauf. Du, ich hab's nicht drauf. Nee, B, B, B fällt nicht. Das ist ein kleinerer von. Dann ist es gerade der da oder so? Alpha ist komplett safe, aber die müssen jetzt kommen. Die müssen von B jetzt kommen eigentlich. Na, lass B jetzt hinmachen. Okay, ich muss wieder hinlegen. Da ist schon was drin. Na, komm jetzt schon. Du kannst schon mal nicht auf die Züge legen. Rechts. Wir sind schon mal B drin. Bei dir? Bei dir? Ja, er ist tot Oh, wird voll, ja, Demi bricht ab Oh Gott, das sieht nicht aus Ja, die pushen nach H3 Oh, rechts, rechts im H3 Gute Arme, wir haben die Täter übernommen Ui Bekommen die ja nicht, oder? Gegner Werden sie zu prallen, oder was? Ah, okay Ach, haben wir alles, lol Ah, zurück zur A Geht auch schon wieder safe hier rechts Links auch Bespottet Oben Ah, Rauchbeschuss, ey Die kommen ja alle auf die linke Seite Oder rechte Seite Wenn wir uns gut Wir sind Ich will sie immer wieder überraschen, wie sie da durchkommen bei C, oder cap'n wieder bei C Warte Warte, ich muss jetzt mal Rauch nach Land Nein, muss, glaub ich, gehen Ja Warte, ich muss jetzt mal Rauch nach Land Warte, warte, warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 w Ja, ich hab 4 kills geschaut, ja, geht doch. Aha, als Sturmy soviel Punkte auf der Karte.